hallo ihr lieben vollkommenen engelswesen da draußen in der welt der löwenkanal ist wieder online und möchte mit euch über die über das innere selbst über die energien sprechen um ich habe euch hier ein wunderbares bild mitgebracht mit den zwei vier sechs sieben genau sieben sind spaß die sieben chakren also wurzelchakra unten das kronenchakra oben und es ist eben halt wichtig ja überhaupt erst mal wichtig sich selbst zu finden in sich selbst den satz hören wir jetzt öfters haben wir schon öfters gehört oder ihr dann sollte ja da auch was dran sein dann sollte man sich damit auch mal auseinandersetzen und beschäftigen der energiefluss in einem selbst um die energien in sich fließen zu lassen hängt ja auch mit seele karma zusammen und um das jetzt gar nicht hier so schwierig zu gestalten einfach über und durch entschuldigung mentales training eben halt das innere selbst wieder zu entdecken die chakren im einzelnen zu öffnen das kann jeder wie nach meistergrad selbst tun oder kann sich dort auch beistand holen weil ich möchte hier nicht von hilfe sprechen das hört sich immer an wie personennot und beistand durch und über die hohe geistige welt in dem man im bewusstsein ist oder schon im höheren bewusstsein dann hat sich das glaube ich auch an der stelle hier schon oder dann weiß man wir sind schon erledigt doch gibt es noch personen dort draußen die noch nicht so weit sind und darum geht es auch meinem wesen um hier niemanden zu vergessen um alles und jeden mitnehmen zu können das ist auch so in meinem seelenplan enthalten unter mein größter wunsch und darum hatte ich wie gesagt schon vor langer zeit gebeten wird auch wunderbar begleitet von der hohen geistigen welt von jesus selbst also von vater und von mutter und da macht sich mein wesen auch keinerlei gedanken drüber weil das mein wesen genau im inneren weiß nicht nur glaubt weiß und das über das öffnen der chakren wurzelchakra sagt ja schon wurzelt das was zu den füllen beinen über die beine zu den füßen runter in mutter wie steht ja immer auf mutters erde dann vielleicht auch mal jetzt noch bei dem wunderschönen wetter draußen mal barfuß über eine wiese zu laufen oder über dem feld oder was auch immer um geerdet zu sein um die energien der mutter durch und über seine wurzeln weil wir alle sind ja mit der mutter verbunden eben halt auch zu spüren wenn es dann anfängt zu prickeln und sich leicht zu bewegen und so um gottes willen keine angst zu haben dann die freude zu haben um es spüren zu können und dann ist jegliche angst fern weil das stoppt ja den fluss die blockade die größte blockade in einem selbst ist ja sich selbst zu blockieren über noch die teilweise alte angst und kontrolle und so kann ja logischerweise oder vom gesunden menschenverstand her nichts fließen das geht dann weiter über die geschlechtsorgane oder das geschlechtsorgan über den bauch brust hals ja alles was gesichtsgegen ist bis zum hirn oben selber also das kronenchakra und wer das schon wunderbar fließen lassen kann der weiß der braucht kein hirn mehr kein gespaltenes der kann einfach frei und offen fließen lassen und das sind dann auch die besten oder die beste begleitung für personen die dort noch nicht so weit sind um sich dort auch von an die hand nehmen und begleiten zu lassen das hat auch was mit eigenverantwortung und vertrauen zu tun wer sich selbst noch nicht vertraut und wer sich das selbst noch nicht sicher ist der sollte erst mal und da gibt es ja wunderbares material hier im netz und auch über spirit scape und viele andere warum man sich eben halt da kann sich jeder das aussuchen was für ihn stimmig ist und dann kann man sich da eben halt aber was auch ganz wichtig ist die herzensöffnung sehr zu empfehlen das möchte ich hier an dieser stelle nicht vergessen sehr sehr wichtig gerade wenn man dann im brustbereich angekommen ist wenn man zum teil noch hinten am rücken mit dem wirbel zwischen den schulterblättern noch schmerzen und blockaden hat dann gibt es nur zwei möglichkeiten entweder die energien fließen zu lassen um es dort zu beseitigen die sogenannte blockade wir wollen die nicht von krankheiten sprechen wir sprechen ja von heilung und die kann nur durch und über die energien selbst und dann auch über unsere zellen das stellt euch vor alle zellen arbeiten in uns für uns und nicht gegen uns wer das immer noch meint der ist immer noch im ego verstand und der ist noch nicht weit gekommen also wir lassen die energien fließen die herzensöffnung ist wichtig sehr sehr wichtig um dann überhaupt weiter zu kommen über den hals hinaus kehlkopf stimmbänder sehr wichtig frequenzen oder die richtige frequenz zu haben den richtigen ton zu treffen über das herz und dann das kronen chakra erreicht zu haben es gibt dort wunderbare sexuelle erfahrungen im göttlichen bereich nicht jetzt hier im puren und reinen egoismus zum selbstzweck ach ich muss ja jetzt mal kommen und dann habe ich ja meine arbeit erledigt nein das ist es schon bei weitem nicht mehr das gehört auch noch alles zur dualität und wie gesagt wir sind ja im übergang wir möchten ja gerne in gegenwart und kommen und dann in die zukunft und darum ist es enorm wichtig dass die energien frei fließen in jedem wesen über das becken hinaus die geschlechtsorgane dann der magen sehr wichtig kundalini nur dran mal an der stelle hier zu erinnern die schlange im bauch deswegen auch immer so dieses krippeln und jucken im bauch das ist dann auch ein wunderbares zeichen sollte dies geschehen sein jetzt kommen wir noch mal auf die hauptsächlich hat man ja immer in den wirbeln also in der wirbelsäule die probleme im rücken die blockaden und die lösen sich dann auf wenn die energien fließen wenn sie von unten nach oben kommen die mutter gibt uns die energien von oben verbindet sich durch die ganzen sieben chakren in uns selbst wenn diese geöffnet sind hoch zur krone und dann nehmen wir mal das den vergleich zu einer wunderbaren schönen eiche die mit ihren wurzeln stark in der erde in mutter erde steht und durch die energien der mutter generiert wird aber dann auch natürlich hoch zum himmel wächst in der krone selbst in der krone selbst die äste wir reden jetzt von den ästen wir reden jetzt hier von einem baum auch ein lebewesen ein wunderbares lebewesen und dann wir an dieser stelle jedem baum weil jeder baum bringt leben sauerstoff photosynthese ist uns ja allem bekannt aus der biologie ja dann dehnt sich das ja noch weit über das kronenchakra hinaus weil das erklärt ja auch dass wir die brücke die verbindung sind zwischen himmel und erde mit unseren wir wiederholen dass das verinnerlicht werden kann mit unseren füßen also mit unserem wurzeln in der mutter und das kronenchakra verbindet uns mit dem vater so sind wir mit unseren eltern also mit vater und mutter vereint und wenn dieses vereinigung steht in uns über die chakren was ja nur letztendlich namen für energie punkte in uns sind und diese miteinander weise zu verbinden dem fluss fließen zu lassen und dann ist aller weg frei und dann erkennen wir immer mehr in und über uns und können auch immer souveräner und kraftvoller den weg weiter beschreiten um in uns selbst angekommen zu sein um jetzt noch mal so das ein oder andere beispiel zu nennen die energien vor allen dingen das herz und der weg vom herzen zum gehören ist ja nicht weit jetzt beginnen wir aber unten in unserem wurzelchakra ist dieses aktiviert geht es ja weiter zum nächsten zum nächsten und alles miteinander verbunden dass das sagt man ja auch im fluss zu sein im fluss zu fließen also die energie fließt in und durch uns und ist mit allem und jedem leben in verbindung und dann ist es wie gesagt wichtig das sexuelle ist ein wichtiger bestandteil von dem ganzen das männliche wie auch das weibliche in uns selbst ist ja dann auch aktiviert dieses auch dass dieses bewusst ist in uns dass wir beides in uns tragen das feminine wie auch das wie heißt das muskul ach du fahr das ist das feminine kenne ich das gegenstück werde ich mir da noch mal wachrufen entschuldigt sich mein wesen an dieser stelle hier maskuline eine feminine maskuline glaube ich so heißt das genau dankeschön an mein höheres selbst und das in einklang zu bringen in uns weil ist doch ganz klar wenn wir mit vater und mutter verbunden sind ist beides in uns weil die energie fließt ja durch uns durch von beiden und dann haben wir ja an dieser stelle wieder diesen wunderbaren und großen aha effekt das sexuelle noch mal drauf zurück zu kommen oder überhaupt das mal anzusprechen man kann das hören nicht im hirn heilen das war nie möglich und wird so auch nie möglich sein das wird auch nicht über das außen möglich sein durch und über irgendwelche chemie also pillen die man sich da einwirft und meint jetzt das ganze von außen regulieren zu können ist absoluter bullshit das ganze hat man von innen zu erkennen darum geht es ja schon die ganze letzte zeit und da wird es auch noch einige zeit darum gehen sich in sich selbst zu finden man ist in sich selbst gespalten nicht im außen also ist das alles was wir im außen reingelegt haben wie wir haben ja jetzt ein geteiltes gehört und das ist sich ja uneinig und das müssen wir jetzt wieder irgendwie regulieren nein leute vergesst das ganze mal die ganze geschichte das war vergangenheit das war dualität das wollen wir ja nicht mehr wir wollen ja die energien in uns spüren wir wollen sie in uns fließen lassen und da rüber dass sie dann fließen wird sich dann auch alles weitere entwickeln durch die energie weil wir sind ja bewusstsein und bewusstsein ist ja nichts anderes wie oder es ist die energie die energie die energie die gottes energie die mutter energie und so sind wir ja von beiden getragen weil ja beides in uns ist und es ist wichtig beides zu aktivieren weil eines alleine wird uns nichts nutzen um es dann für uns im guten zu verwenden im weiblichen wie auch im männlichen und dann auch diese wunderbaren sexuellen erotischen ästhetischen erlebnisse eben halt zu haben dass das ja auch dieses was einem in der vergangenheit aufgefallen ist wenn menschen meinen sie müssten sich jetzt zuknöpfen bis oben hin und das wunderbare was ja eigentlich ihr körper ist zu verstecken weil man muss sich ja bewusst sein wenn man das ein ganzes leben lang versteckt dann kommt man ja nie in den genuss was will man denn da fließen lassen dann blockiert man sich ja doch nur permanent selbst und wem nützt denn das was das nützt doch mir selbst nichts und im außen erst recht nicht und da wird sich doch das im außen wieder spiegeln was die blockade im inneren ist das außen zeigt uns immer nur das innere selbst und deswegen kann der göttliche sexualität die göttliche sexualität ist etwas wunderbares und kann und soll auch wieder gerade in dieser zeit erfahren werden indem man sich ja auch wieder vereint in der synchronität und nicht mehr in der dualität verweilt also man bleibt nicht mehr in der vergangenheit stehen man geht aus der vergangenheit in die gegenwart lässt energien fließen und so kommt man dann auch in eine wunderbare zukunft mit partner oder partnerin da braucht man auch kein vollgeschriebenes blatt papier für weil alles in unserem inneren stattfindet im menschlichen bereich in der menschlichkeit selbst im menschsein und nicht in der person die person hat immer nur gemeint sie müsste das abarbeiten wie ihren job und wie gesagt da ist mein wesen ganz direkt das ist absoluter blödsinn absoluter bullshit wer das noch glaubt der steht noch auf der anderen seite jetzt aus meinem scherzhaften zu gesprochen und der ist noch nicht weiß ich selbst angekommen und dem wie gesagt bietet mein wesen immer die eigene innenschau an um die suche im außen zu beenden um sich im inneren zu finden um gefunden zu haben und dann wenn das licht in einem angeht dann ist auch alle energie aktiviert dann kann das ganze wunderbar fließen und nicht mehr funktionieren weil es ist wichtig hier dualität funktionieren synchronität leben wie der fluss des lebens oder der fluss selbst leben fließen zu lassen und das ist es eben halt wichtig aus der dualität heraus zu kommen und immer mehr in die synchronität zu kommen um wahres leben wieder zu erkennen im innen wie auch im außen und dann hat mein wesen jetzt diesen teil hier auch zur sprache gebracht weil er ist sehr sehr wichtig und das für jedes leben und dann dabei das herz eines kindes zu haben was schöneres kann einem gar nicht passieren und dann wird sich diese ganze dualität scheiße das ganze theater was da um die ach ich komme jetzt gar nicht auf das wort naja dann soll es jetzt auch nicht so sein dieser ganze kram der da im außen stattfindet der hat uns eigentlich gar nicht mehr zu interessieren und zu kratzen es ist jetzt das absolut wichtigste überhaupt in sich um mit sich selber klar zu kommen um überhaupt in gegenwart wie in der zukunft mit der außenwelt überhaupt klar kommen zu können und kommen wir in unserem inneren nicht klar werden wir mit dem außen nicht zurecht kommen das ist eine ganz klare angelegenheit und alles was jetzt hier alkohol und drogen angeht da kann ich nur abraten von das hemmt das ganze bewusstsein das hält auch das gehirn platt und so weiter und so fort damit dient sich und hilft sich auch niemand also kommt in euch öffnet eure chakren macht euch mit der kundalini vertraut vertraut das ist alles die hohe kunst die uns von gott vater mutter erde gegeben wurde und die ist ja nicht einfach umsonst da um sie nur permanent zu ignorieren aber so brauchen wir sich auch nicht zu wundern wenn es mit den partnerschaften mit den beziehungen im außen eben halt einfach nicht mehr funktionieren kann und funktionieren wird und dann hat mein wesen dieses jetzt auch hier abgedeckt und hofft dass ich euch damit wunderbar erreichen konnte macht euch dort schlau holt euch dort informationsmaterial das was wiederum für euch stimmig ist und wenn man in seinem fluss ist und fließt ist das auch kein problem mit vater und mutter selbst in kontakt zu kommen und dann läuft der laden von ganz alleine wie gesagt sender und empfänger und transformieren ist wichtig und das auch gerade im schlaf auch zur ruhe zu kommen um dem körper die nötige umstellung auch zu gönnen und zu geben und das ist auch ein sehr wichtiger punkt mein wesen wird darüber auch nochmal ein video also video hört sich immer erbärmlich an eine botschaft auch noch darüber tätigen um das ganze die ganze bandbreite hier mal endlich zum abschluss zu bringen weil wir sind ja im übergang wir wollen ja endlich aufsteigen und dass das ganze eben halt nicht noch ewigkeiten dauert und wie gesagt meinem wesen ist es wichtig und dafür ist mein wesen hier um euch alle nicht zu vergessen also niemanden zu vergessen um für euch da zu sein und wir sind die wegbereiter um euch den weg zu bereiten und dann dankt mein wesen ganz stark an dieser stelle für euer gehör licht und liebe an euch alle und leute lasst energien fließen öffnet euch ne euer löwenherz gott vater und mutter erde schütze uns alle euer löwenkanal euer löwenherz bis dann bye bye i we 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 Vielen Dank.